hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video zum prepatch vow legion ich möchte den jägern und sammler unter euch heute mal zeigen wie ihr euch das spielzeug den taschenteufels kondensator besorgen könnt oder wie ihr diesen erhaltet dazu müsst ihr eine klasse spielen der es möglich ist dämonen zu entdecken hier in meinem fall der dämonenjäger mit geistersicht und der normale jäger verfügt glaube ich auch noch über eine fähigkeit dämonen zu entdecken und alle anderen normalos ja die besorgen sich einfach elixier der dämonen entdeckung ihr aktiviert das und dann ja kraft ihr in stormwind auf allianz seite die weltuntergangs verkünder abspricht diese an sie bieten euch im normalfall immer diesen handzettel an sollte es der richtige sein wird hier ein zweites textfeld aufgehen dort wird dann wenn ihn anspricht er angreifbar und wenn ihr ihn besiegt habt besteht eine geringe chance dass ein taschenteufels kondensator spielzeug droppt das meiste oder mittlerweile wird das ganze in gruppen organisiert ja auf den meisten servern da wer interesse hat das spielzeug zu bekommen sich einfach anschließen und das macht das ganze dann schon ein bisschen leichter und was macht dieses spielzeug das möchte ich euch auch mal zeigen ich suche gerade mal so ein turm da stellen wir uns jetzt mal drauf ja dann aktivieren wir das spielzeug lösen das aus und ihr seht schöner effekt sieht gut aus also ich denke mal es lohnt sich das spielzeug zu farmen ja dann wünsche ich euch viel erfolg und viel spaß vielen dank fürs zusehen über einen daumen hoch würde ich mich natürlich freuen bis zum nächsten mal ciao das ist und sie sie